Hi, ich bin Roberto von Ulstein Concepts und ich würde euch hier gerne unser neues Projektfahrzeug vorstellen, den aktuellen Ford Ranger. Auf einem meiner Highlights sitze ich gerade. Der Schublade Works. Der Vorteil einer Schublade ist, dass man seine Ladung bequem zu sich ziehen kann. Aber aus der Schublade Works haben wir noch viel mehr gemacht. Zum Beispiel versuchen wir hier jeden einzelnen Zentimeter auszunutzen und schaffen auch Verstarrungsmöglichkeiten für den toten Raum links und rechts der Radkästen. Und auch den toten Raum im Heckbereich versuchen wir hier mit zusätzlichen Ablagemöglichkeiten auszunutzen. Und was wir natürlich bei unserer Schublade immer mit integrieren, ihr müsst für die Montage nicht bohren. Als Haartop haben wir hier das Samita TL1 Stahlblech Haartop mit entsprechend hoher Dachlast. Und hier in der Ausführung mit elektrischen Seitenklappen. Unser Ranger hat neue Räder und neue Beine bekommen. Er steht jetzt auf 285 70 R17, die entsprechend ein bisschen mehr Bodenfreiheit geben. Abgedeckt durch eine Kotflugelverbreiterung, die ungefähr 2,5 Zentimeter bringt. Und ein TGM-Fahrwerk in der Rocketline-Ausführung mit einem Kolbendurchmesser von ca. 53 Millimeter. Der Wagen hat natürlich noch mehr Highlights. Das ist unser Dachträger von Yakima, vorne als Dachträgerplattform, hinten als Querträger zur Aufnahme des Dachzeltes. An der Plattform natürlich darf eine LED-Bar nicht fehlen. Daneben haben wir einen TGM-Schnorchel. Und aus dem eigenen Hause konzipiert unsere Rockslider, die vor zu starken Steinschlägen schützen. Das ist unser Ford Ranger. Die meisten Teile findet ihr bei uns schon im Shop. Ansonsten schreibt uns einfach, wir freuen uns auf euch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.